moin moin meine lieben wir sind hier auf diesen turm gelandet auf den zweiten und werden uns jetzt die ganzen blinkenden lichter nach und nach abarbeiten das lesen lasse ich jetzt im moment erstmal sein weil es ist eher hinderlich als fördernd ich werde jetzt komplett auf meine instinkte hören oder sehen wie auch immer und werde entsprechend so handeln weil das spiel vom prinzip her ist wie jedes andere survival game du musst einfach nur sachen finden dich hier ausbauen vergrößern und die geschichte einfach hinterherlaufen und dann gucken wir mal wo uns das ganze hinführt weil ich will hier ein bisschen was zeigen und nicht hier romane lesen weil das ist im moment das hält auf also jetzt gucke ich erstmal ja nach dem sprit muss ich meinen das schiff wieder umbau um parken was sie noch am sprit habe und dann ein bisschen hoch rüber noch weiter rüber noch weiter rüber alles klar wir senken uns wieder ab ruhig mal nach sprit angeankert wenn man auch so weit in der loft komme ich denn von hier irgendwie ran ach von hier komme ich auch an gut zu wissen 33 53 also sprit herstellen und dann werde ich jetzt rein nur meinen instinkten folgen einmal sprit zweimal sprit haben war super das ist 100 mache ich jetzt auch was ein dass wir ein bisschen reichweite haben noch näher alles klar hamburg bleibst du drin jetzt werde ich noch einmal welche herstellen dass ich auch reserve habe hamburg schmacken material besorgen siehst du schlafen muss ich auch gleich noch mal ein bisschen ausgewohnt zu sein komm her nicht immer wegfliegen ich hab da noch ein bisschen material wenn ich jetzt hier raus gehe kommt material wetten wette verloren ok pech so den köder noch mal absenken ach geht gar nicht okay da ist wieder was im weg schlafen ich glaube das ist erst mal wichtiger wollen wir mal hier ein bisschen hoffen energie fühlt sich auf alles klar nahrung und dings geht runter 8 und 29 schöner morgen haben wir wir gucken noch mal was wir noch mal lernen können hier klebezettel ich weiß ich brauche ich klebezettel im moment brauche ich kein klebezettel jetzt gucken wir mal wo wir die dings anbringen können die rauf und runter die turbine da ist sie auf der fünf das wird doch hinderlich irgendwie wenn ich na gut wir müssen jetzt nur an den streben kann ich sie setzen dann gucken wir mal was sollen wir eigentlich machen finde den ort mit den doppelten blinken erweitere das luftschiff baue neu eine neue wand auf das luftschiff ok wir bauen jetzt im moment keine wände wir gucken jetzt ob wir ein doppelndes blinkendes licht finden das ist normales da ist nix ich sehe sonst kann es also folge ich erst mal nur den blinkenden lichtern bis ich ein doppeltes sehe 15 16 da ist ein doppeltes ok dann sind wir schon auf der richtigen richtung dann fliegen wir in die richtige richtung gehen jetzt darauf wir plündern da jetzt alles und gucken mal was uns da schönes gibt so äh nahrung ist wichtig gut ein wasser haben wir noch alles klar wasser frisches drin alles klar dann gib mir mal was einmal rüber jetzt können wir höher fliegen ok ja ich komme ich komme schon lecker lecker motte die motte da rein kocht weiter fliegen das sammeln wir ein das sammeln wir ein jawohl wenn ich stillstehe gibt es kein damage interessant ja geht nicht wo haben wir denn hier noch damage kann man das hier irgendwo sehen wir benutzen mal unsere flicken nein 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 da 80 prozent jetzt nicht mehr jetzt haben wir wieder 100 ok ich verstehe wir sollten hier glaube ich erstmal aus diesem müll raus was gibt es da schönes ok da ist schon ein bisschen mehr weiter weiter ein bisschen konzentration weiter ein bisschen konzentration wir gehen runter gehen auch weiter runter ok so jetzt sind wir erstmal angedockt hier ist alles soweit in ordnung alles klar ok dann lass uns mal hier oben mal was gucken ok man kann auf der wurzel spazieren hier und da durch da ist nichts ist hier irgendwo eine tür ah da ist ein eingang so das haben wir genommen benzin ist nochmal herzlich willkommen ein reiniger ist ok flicken noch ein flicken noch ein flicken das benzin maschinenteile noch mehr maschinenteile so ist hier noch irgendwas ok die kann ich auch scannen das kann ich auch scannen das kann ich auch scannen das ist glas ganz vorsichtig nicht dass ich irgendwo gleich runter schüssel nehmen wir mit nehmen wir mit da ist nichts mehr da ist noch was hier ist noch was da ist noch was ok hier irgendwo eine tür gut gehen wir gleich rein hey ein unwetter also das teil packen wir schon mal rein essen haben wir da drin das ist ok kiste boah das geht aber noch das können wir hier reinpacken maschinenteile habe ich jetzt vier ok sauberes wasser trinken wir mal ein das packe ich hier auch rein das brauchen wir permanent zum bauen einmal flicken kann ich jetzt wegräumen der andere lasse ich hinten in der ecke das kommt da hin so essen brauche ich im moment noch nicht wir gehen weiter auf plünderungstour und halten mal schön die augen offen was wir ja noch alles so schmutzwasser nimm mal mit ist da was jo das nimm mal auch mit das geht nach oben so das haben wir auch mit gut hier können wir nicht scannen batterie haben wir uns jetzt geholt äh wo ist die leiter geblieben bin doch hier hochgekommen ach da wasser gehalten nimmt ab ist auch ok so dahin wieder runter jetzt gehen wir hier mal drauf und jetzt gucken wir mal was wir hier alles so wegnehmen können so das ist nichts da waren wir drin das nimm mal mit komm ich da hin ran tatsächlich aha gucken ob ich da irgendwie reinkomme das nimm mal weg guck mal da kann man auch noch was wegnehmen guck mal da kann man auch noch was wegnehmen so jetzt ist die frage komme ich da irgendwie rein ok ok ducken ah ja gut da ist nix da ist nix da ist nix richte dich auf hier kann ich was scannen haben wir da ist nix ah das kann man mitnehmen interessant hätte ich das andere auch mitnehmen können wa so ist hier noch irgendwas nein äh bücken rüber gehen aufstehen hier rüber laufen ok das geht anscheinend alles dann ist das ding jetzt auch leer auf was dass ich jetzt hier nirgends runter knall so was habe ich denn da eigentlich produziert also ich habe jetzt zwei batterien das plakat das pack ich gleich in die kiste was ich da jetzt hergestellt habe weiß ich nicht aber ok so das kommt da rein das glas packen wir hier hin so benzin haben wir auch ein bisschen wie sieht es aus super kann ich damit auffüllen dann reicht das jetzt gucken wir uns mal eben an was wir hier noch machen können das hatten wir uns alles ne das haben wir ja alles gut also nix neues können wir hier irgendwas noch herstellen beziehungsweise erforschen ja das sind die dinger ah da fehlt mir kupfer die leiterplanken platten ah da können wir batterien wieder aufladen aber dafür brauchen wir auch kupfer und klebezettel darauf kann beliebigen text verfasst werden und mit hilfe dabei luftschiff in ordnung zu halten ok alles klar das heißt meine kisten könnten dann da hinten ist das doppel blinken ne war auch alles klar jetzt machen wir hier mal ein bisschen da kommt Wasser rein hier kommt das Essen raus ich habe gerade gesehen da muss ein neuer Köder ran das machen wir auch einmal hier Köder ran das haben wir auch Wasser läuft also was essen und was trinken hier und zum doppel licht aufsteigen und fliegen wir mal zum doppel licht was eigentlich unsere aufgabe ist gucken wir mal Lass mich ja in Ruhe. Ich kann sogar noch höher, ne? Aber nö. Ich glaube, das ist erstmal ganz okay. Oder auch nicht. Aber fliegst an mir vorbei. Wunderbar. Ja. Interessant. So fliegen wir hoch. Mal gucken, was uns hier erwartet. Was haben wir hier? Okay. Okay, das haben wir jetzt erledigt. Größer die Höhe. Und lande. Ja. Hab ich gerade getan. Okay. Stopp. Wollen wir eben abgehen. Da drauf ist es gehen. Die Dinger kann man doch. Jawohl. Haben wir. Haben wir. So. Noch irgendwas. Ah, da blickt noch was drin. Okay. Haben wir auch. Da ist nichts. Okay. Da muss ich wohl anders ran. Da kann ich noch was abbauen. Da kann ich noch was abbauen. Da hab ich noch was abgebaut. So. Dann landen wir jetzt mal drauf. Ups. Beziehungsweise einmal Nahrung holen. Bevor ich da gleich wieder. Gleich wieder nichts angeln kann. Und dann landen wir da drauf. Dann gucken wir mal, was wir uns da alles rausholen können. Viel Wasser ist hier ja nicht. Okay. Den kann ich. Das kann ich rausholen. Das kann ich reinsetzen. Motte. Ist in Ordnung. Das Wasser ist leer. Mach ich den rein. Die nehm ich mit. Und das koche ich. So. Jetzt einmal drehen. Und absenken. Und absenken. Uncharted area. Standard Windpark. Alles klar. Du bist gleich fertig. Wo haben wir unseren Scanner raus? Da haben wir unseren Scanner. Okay. Wenn ich es abgebaut habe, brauche ich es nicht mehr scannen. Alles klar. Was haben wir hier? Eine Treppe. Messer oder Armbrus. Werkzeug erforderlich. Okay. Die Batterie haben sie versperrt. Messer oder Armbrus. Das heißt, ich kriege hier doch bestimmt ein Messer oder ein Armbrus. Da oben. Was haben wir da? Was haben wir da? Zeigt Orten und Navigationspunkte an. Kaputter Standortradar. Alles klar. Helium? Hey. Symptome von Virus schlimmern sich. Wieso Virus? Hallo? Ich habe nichts Verbotenes gegessen. Also bitte. Zeig mir nicht. Okay. Da haben wir jetzt alles weg. Wo sehe ich denn, dass ich krank bin? Ne, bin ich noch nicht. Okay. So, das kann ich gleich, oder versuche ich abzubauen. Was machen wir hier? Hier geben wir jetzt mal die Treppe runter. Hier rum. Okay. Helium. Die Tür ist versperrt. Lässt sich nicht öffnen. Aha. Da. Okay. Dafür brauchte ich eine Batterie. Also. Das nehmen wir mit. 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 Leiterplatten. Erstmal alles grabschen. Erstmal alles grabschen. Wahrscheinlich werde ich das alles benötigen. Hey. Ne mit. Okay. Mitnehmen. 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 Da ist was. Da ist was. Runter. Glasboden. Deck benötigt. Okay. Was Neues gelernt. Gehen wir hier weiter. Hier geht eine Treppe runter. Oh. Ganz vorsichtig. Was war das? Ach. Ach. Eine Gasflasche. Wow. Da muss aufpassen. Das ist kein falscher Schritt. Mache. Mal eine Gasflasche. Oder Heliumflasche. Okay. Okay. Nein. Wie komme ich da jetzt rüber? Da nicht. Da nicht. Oben. Über die Plattform irgendwie? Ne. Jetzt muss ich mal eben hier. Hier ist so ein Streifen. Oben ist die Plattform. Ich sehe aber keine Leiter nach oben. Oder nach unten. Sagen wir es mal so rum. So. Die Hütte habe ich jetzt leer gemacht. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Ist hier irgendwas drinne was für mich? Nein. Hier ist eine Leiter nach oben. Die nutzen wir. So. Dann bin ich hier oben beim Raumschiff. Da komme ich nicht ran. Da brauche ich so eine Art Messer. Das kann man alles abbauen. Habe ich eine Möglichkeit da irgendwie runter zu kommen? Nur per Schiff. Okay. Werde ich gleich per Schiff da mal runter fahren. Jetzt gucken wir mal ihm nach, ob wir hier irgendwas herstellen können. Weil wir brauchen hier... Ah, da ist ein Messer. Machen wir. Ach nee, da fehlt mir was. Was fehlt mir denn? Polymer. Interessant. Wo kriege ich denn Polymer her? Regenwassersammler. Das stellen wir mal her. Regenwassersammler. Ja, okay. Ist ja besser als das komische Gerät hier. Ja. Wir lernen weiter. Fortschrittlicher Köder. Dafür brauchen wir Glas. Haben wir. Ambrust. Polymer haben wir noch nicht. Helium-Castroff. Standard. Da brauchen wir Kupfer. Stellen wir her. Okay. Glas haben wir auch. Ehm, jetzt gucken wir mal. Taschenlampe. Wahrscheinlich wird es irgendwann hier ein bisschen dunkel. So, wir essen was. Wir trinken ein bisschen was. Gucken mal, was wir hier noch abbauen können. Haben wir. Nein, also muss ich mich gleich positionieren. Gut, werde ich mich jetzt neu positionieren. So. Gucken wir gleich mal, ob wir da unten rankommen. Boah, ich muss ja auch noch die Batterie hier klauen. Einmal so. Haben wir. Gut. So, komm ich. Oh ja, das passt auch noch. Und dahinter? So, dann haben wir da schon mal alles weggeklaut. Da kann ich nichts klauen. Das kommt mit. So, jetzt gehen wir mal eine Etage tiefer. Oder versuchen es. noch ein Stück zurück. Da will ich hin. Den will ich haben. Muss ich noch tiefer? Ich habe ja oben noch diesen komischen Ballon dran. Noch tiefer. Hört sich nicht gut an. Halt. Einmal rum. Beim Marsch. Jawohl. Jetzt geht es nach oben. Gut. Komme ich nicht ran. Wieso komme ich da nicht ran? Oh, da bin ich ran. Was für Möglichkeiten hat man nochmal ran zu kommen? Mal eben hier die Ecke studieren. Ne. Einmal drehen. So. Dann einmal rum. Nochmal rum. Geradeaus. Aua. Hör auf. Jetzt probieren wir es mal von hier. Hier. Wahrscheinlich geht das auch nicht. Nein. Okay. Okay. So. So. Wieder zurück. Das muss aber der Möglichkeit sein da ran zu kommen. nach oben. Einmal rauf. Ich habe das Gefühl, dass ich mich hier gerade selbst zerstöre. Was hast du für ein Problem? Pieps. Landen. So. Lass mich mal eben hier auf Schadensbegrenzung gucken. Mal meine Flicken mal eben nehmen. Mal meine Flicken mal eben nehmen. Aha. Repariert. Äh. Repariert. Da ist nichts mit. Hier ist auch nichts. Das ist alles okay. So. Ich muss eine Möglichkeit haben da irgendwie dahin zu kommen. Aber wie. das ist knifflig. Das ist gerade sehr knifflig. Okay. Das kannst du. Das ist schon mal gut. Wie komme ich da hin? was. Ja ich weiß, dass das Wasser abnimmt ist ja schön und gut. Aber. Ich versuche hier gerade etwas anderes. So, jetzt stehe ich hier richtig drauf nachher. Wie geht es hier runter? Ich will da jetzt auch nicht runterspringen und dann nicht mehr wegkommen. Das Ding steht frei. Das heißt, ich müsste da rüber und dann einfach runter. Dann oben übers Dach. Ach, aber komme ich denn da wieder raus? Ja, bleib locker. Ganz locker bleiben, okay? Das geht hier nicht, alles klar. Doch, das muss gehen. Trotz wäre das kein Spiel. Äh, seitlich? Noch mehr seitlich. Noch folglicher. So. 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 mal runter, mal gucken, ob ich da vorbeikomme so, das wär's komm ich da hin das passt doch wieder nicht fast da Moment mal, ich bin fast da ein Stück zurück, wir fliegen noch weiter runter nicht zu weit etwas rückwärts dann so dann etwas hoch ja, ich weiß, ich muss mich aus könnte man schaffen ich muss bei ihm schlafen könnte man schaffen was trinken, trinken, trinken da ist Wasser danke da drauf einmal trinken, danke kochen hat noch kann ich das auffüllen jawohl das geht auch kann ich ablassen zum essen holen ja ja das haben wir dann auch das haben wir dann auch energiekristalle, ok jetzt wird's spooky messer messer polymer ja ganz ruhig bleiben ich will da drauf oh guten salat der gibt ein bisschen mehr Nährstoffe äh kochen so das packen wir mal hinten in die kleine Kiste das kann rein das kann hier hin äh die können wir auch erstmal hier reinpacken der Sprit packen wir hier rein alles andere benötigt zum bauen ja Verbandskasten kann hier auch rein so da habe ich ein bisschen Platz jetzt runter runter so runter ah mit der Steuerung komme ich noch nicht so ganz klar gut ok fass kann ich noch ein Stück runter kann ich noch ein Stück runter so hm hm ok das Schiff muss also anders gebaut werden ne wieder rauf 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 das Schiff muss etwas anders gebaut werden wo ist mein Bautool da so machen wir das so mit einem kleinen Trick 17 toll und dann ist hier nichts oder was würdest du mir sagen hm ok den Aufwand hätte ich mir sparen können eindeutig eindeutig ich krieg jetzt hier was aber nö ja da haben wir wieder was gelernt riesen Aufwand für nichts ok gut hier raus nach oben hier rüber gleich mal eindrehen dann parken wir jetzt hier mal im Augenblick und runter da haben wir so da kann ich rauf und runter alles klar gut Leute damit ist das Video erstmal zu Ende und im nächsten Video gucken wir dann mal dass wir zum anderen Turm fliegen also wir brauchen unbedingt dieses Polymer und müssen wir mal danach suchen also noch einen schönen Tag und einen schönen Abend bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal